Verpasst du die Ideallinie im Game, fängst du von vorn an. Verpasst du sie auf der Strecke, kannst du sterben. Was denkst du, wer der beste Fahrer ist? Wahrscheinlich Bori. Den lass ich in der ersten Runde Staub fressen. Jan, ständig spielst du Videogames und jagst verrückten Träumen von Rennwagen nach. Dad, du hast doch immer gesagt, wir sollen das tun, was wir lieben. Ist dir klar, was Rennwagen kosten? Sieh dich um. Das ist nicht unsere Welt, mein Sohn. Was ist das? Ein Wettbewerb. Die besten Gran Turismo-Spieler auf der Welt kriegen die Chance, sich im Profi-Rennsport zu beweisen. Alter, das ist echt. Es ist real. Mann, im Ernst, glaubst du wirklich, dass du einen Jungen, der in seinem Kinderzimmer Videogames spielt, in eine Rakete setzen kannst, die 320 Sachen fährt? Die Karre wird ihn komplett zerlegen. Das wird nicht funktionieren. Rennfahrer sind Elite-Athleten. Deine Jungs sind dürre kleine Gamer. Und da kommst du ins Spiel. Kommt schon, los geht's! Das muss eine ganz neue Erfahrung für euch sein, eure Beine zu bewegen. Du hast auf meinen Rasen gekotzt. Wenn du ein Rennen fährst, dann herrschen im Cockpit 60 Grad Celsius. Die G-Kräfte sind doppelt so hoch wie für ein Astronauten bei einem Raketenstart. Ich kann nichts mehr sehen! Hey, kriegst du im Spiel dafür extra Punkte? Verfluchte Scheiß. I had the hustle, never give up. Die ganze Sache ist völlig krank, aber von den Couchsurfing-Nords, die du mir geschickt hast, ist er der Beste. Du bist dabei. Yes! Willkommen im Team Nissan. Was kommt jetzt? Die Major Leads. Die anderen Fahrer werden dich hassen. Umsi. Alter, was ist dein Problem? Ist Teil des Spiels, nennt man Rennsport. Verpasst du die Ideallinie im Game, fängst du von vorne an. Verpasst du sie auf der Strecke, kannst du sterben. Ich kenne diese Strecke. Ich bin sie schon tausendmal gefahren. So gefällt mir das schon besser.